Das neue Gebäude des katholischen Forums St. Peter an der Peterstraße ist inzwischen auch innen weitergedient. Die ersten Beratungseinrichtungen sind bereits eingezogen und haben ihre Arbeit aufgenommen. Dazu gehört der Sozialdienst katholischer Frauen, der früher schon an dieser Adresse zu finden war und in den vergangenen sechs Jahren seinen Standort an der Georgstraße hatte. Auch die ökumenische Ehe-, Familien- und Lebensberatung hat hier bereits ihre Arbeit aufgenommen. Ab dem 26. Januar läuft in dem Gebäude das tägliche Programm des Forums St. Peter. Auch die Caritas wird mit einigen Beratungseinrichtungen hier einziehen.